Hallo und da sind wir wieder zurück zu Secret of Mana 2, Second of Mana 3 oder aber Trials of Mana. Und ja, wir sind endlich im Mana-Land angekommen. Wir können es jetzt mal speichern. So. So, wir sind mal fertig da. Vielleicht gibt es sowas Nettes. Tamra, Venus, Mana. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Tja, ziemlich viele tote Leichen hier. 36. Los. Moment. Steinsäbe, Wildsäbe, Eissäbe. Äh, ich weiß nicht, ob das was bringen, ob ich sonst will. Dann bitte, äh, dringendst, äh, eil, ja? Oh, das... Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Steinklinge habe. Jedenfalls, die Kombi gehen die ganz gut jetzt an. Die sind nicht so ekelhaft stark, wie die anderen Gegner, die wir schon bekämpft hatten. Kann man nicht hier auf die... Genau. Da kann man nämlich schon früher drüber laufen mit den Dinger. Sehr schön. Das sind nämlich sehr stabile Seerosen, damit wir drüber laufen können. Auch schade, hätte man locker geschafft. Es ist so cool, wirklich so cool, das Mana-Land jetzt mal in 3D zu sehen. Und das sieht halt wirklich genauso aus wie in 2D, nur halt... Wow, also, weil er kennt die Ähnlichkeit der Map und so, das ist einfach super. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Bonbons hier. Okay, da kann man so nicht drauf. Na, da kann man so nicht drauf. Nacht. Na los, das liegt ja noch. Okay. Na na, da kann man anstre. Wie viele von den G Schwann nehmen und die Schade? Bist du da? Also, da kann man hier auch ein bisschen schade. Das ist das Ganze für den G Schwann. Das ist das Ganze. Jetzt geht's her! Dann geht's! Okay! Lieblicherweise will ich manchmal immer noch, wenn ich irgendwie die Skilltaste drücke, wenn ich mir bitte Pfeiltasten arbeiten Das ist ganz komisch Ich bin doch jetzt! Ich bin doch jetzt! Ich bin doch jetzt! Ich benutze die Mana-Statsche im Heiligtum, um eine andere Klasse zu wechseln. Bei jedem Klassenwechsel wird dein Charakter stärker. Ich benutze Fragezeichen sammeln, um die Klassengegenstände zu erhalten. Aha! Wo soll ich die hinherkriegen? Ich sehe halt, dass das Symbol von Mana-Stein weil es halt theoretisch das gleiche ist. So. Aber uns fehlen sowieso noch drei Level, deswegen ist es erstmal egal. Weil ich benutze Fragezeichen sammeln, als würde ich die überhaupt überall finden. Ups, Deckung. Okay, sicher gehen. Meine, alles fertig, aber Pogo-Puschel besiegt uns dann Lars. Okay. 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 Ja, ja. Boon, boon! Ich weiß auch noch, es gab dann in dem damaligen Deutsch-Patch für das Spiel, musste man hier speichern und auf Englisch umschalten, weil nämlich im Deutschen dann irgendwie ein Bug war, dass man über die Weltkarte von Manoland geflogen ist und nicht mehr da wegkam, also ganz, ganz komischer Scheiß. Tja, mein Freund, was ist das wohl? Die Map ist übrigens doch etwas anders als das Original, also der Grundaufbau von Manoland ist schon etwas anders. Ich werde die Zellen vom Körnchen anschauen. Ich werde das Spiel im Moment mit dem Blumen Normalen teilnehmen. Kenntest du in diesem Bereich den Bauch? Ich Black. Ich werde das Spiel im Ernstrand. Ich werde das Spiel im Challengen, den Bauch bei unses Mal und die Kommete vorzessen kommen... Das ist die Manna! Das ist die Jessica! Ich habe die spear. Aber ich habe die Räume geimpft. Ich habe mich am Räume geimpft. Ich habe mich auf den Räume geimpft. Das ist die Räume. Das ist schon so. Hey, Fairey! Ich habe hier zu spars Wenn ich das mit einer Schauflüge werde, dann habe ich auch noch Gefühl, dass es mir dasselbe. Was Th중 ist mir wenn es ein Kind geht, wenn ich mich explorerierde tut, wasst, als ich auf die Kälte und dann wieder in meinem Männer herumf �ige. Das ist nicht so, wie viel in dem ich verletze. Aber das ist mir so, dass ich meine Kälte. Ich bin die Frau der Manna. Ich bin der Manna. Ich bin der Manna, der Hohuk-Ion. Du bist der Manna? Hey, Frau Frau, wo ist die Fäarly? Die Fäarly hat sich verletzt. Was ist das? Ich bin ein Mensch, was ich? Bitte, bitte. Was ist das? Wer ist das? Was ist das? Wie soll ich das? Du bist eine Frau, oder? Bitte, bitte! Die Mana ist verletzend, die Mana wird verletzend. Ich werde das auch nicht wegnehmen. Ich werde das auch nicht wegnehmen. Nein, ich kann das nicht mehr tun. Ich möchte den Sie in die letzten Zeit dafür einladen. Sie sind nicht immer, was ich? Was ist das, was ich? Ja, ich kann das nicht. Tja, wie üblich haben wir nichts erfahren und unsere Fee wurde geklaut. Ist ja eine Frechheit. So, das heißt jetzt erstmal Gegenstände, ähm, ne, mag ich nicht benutzen, äh, die Ruftrommel, können wir gegen die Flöte tauschen. Da. Okay, jetzt gehen wir. Naja, es sind ja genug Gegner hier, ne, wir haben uns ja mit ziemlich vielen angelegt. Und so ziemlich jeder unserer Feinde ist ins Mana-Land geflogen. Okay, jetzt gehen wir. Und los. Krass. Sehr selten. Die haben immer noch ganz gute AP, die Gegner, also es lohnt sich immer noch hier ein bisschen zu kämpfen. Ok! Das hat mich nicht genommen für mich. Wie kann ich da? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A, das ist so, wenn er nicht mehr, sich das drin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr um den все zu verstehen. Aber kurzizon wurde mir wieder, dass ich mehr als einen Fehler in der Lage habe, Smack – sagen, es ist nicht mehr, oder warum ich Sie es genau so? Ich bin der Fall. Der Mann bereits auf unsere Hauptstadt, in den Drakons Hall, und hat ihn mit meinem Geist, der Herr Rüttel. Er hat sich nicht mehr gefeiert. Der Geist der Gelen-Modau, hat sich als die Schmutzung von der Schmutzung verletzt, als die Schmutzung der Schmutzung. Ich werde es auch nicht verletzt. Ich habe ein Mal die Menschen, Ich glaube, dass du mit dem Gehirn schlägst, dass du mit dem Gehirn schlägst. Wer ist das? 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 Ich erzähle dir das! Ich hab es nicht geholfen. Du bist die Hände. Du bist die Feiery? Das ist richtig! Das ist das nicht so gut. Das war's für mich. Ich habe mich auch nicht so gut verletzten, und ich habe mich auch nicht verletzten. Ich werde mich auch nicht verletzten, weil ich mich nicht verletzten. Ich werde mich nicht verletzten, wie ich es für die Messenger-Böse. Aber wenn ich mich nicht verletzten, dann werde ich mich auch verletzten. Ich bin bestimmt! Das ist auch so, dass ich mich mit einem Freund habe. Und ich bin damit, dass ich mich nicht mehr gewinnen und mich nicht mehr schlussiere. Also, aber ich weiß es, dass sie so ein wenig schlechtes Obtunnen sind. Sie werden sich hier bei der Eindrücke im Weg. Der Versuch, der Schluss. Dann kommen wir. Dann gehen wir, dann. Ich habe das nicht die, die Sie nicht verletzen. Dann! Dann! Dann nicht das, G! Wie ist der Kiefer gekommen, Kiefer? Dann ist es, dass ich nicht verstehen. Ich habe das nicht wissen, dass ich nicht so gut weiß. Ich habe das Kiefer-Kiefer-Kiefer verletzt, und dann wurde erneut von der Kiefer-Kiefer-Kiefer. Aber ich habe mich nicht davon verletzt. Ich habe es nicht gesehen, wie ich mich beruhigt habe. Ich habe es nicht gesehen, wie ich mich selbst verletzen kann. Ich weiß nicht, was ich dann so für mich passiert. Das ist doch alles, oder? Komm, wir gehen! Wer hat Heese geflogen? Ich bin so ein Hesu. Ich will den Scharlotten, dass ich den Schall verletzen werde. Alter, die hauen eine immer auch immer um, ne? Sehr schön. Cool, das spart man später mal den Weg. Dann mal los. Oh ja. Es ist glaube ich so, je nachdem welchen Anführer der Gruppe du willst, kriegst du einen anderen Hauptendgegner. So, mit Hawk und ich weiß nicht, wer es noch ist, kriegt man eben den, den wir jetzt haben und alle anderen werden wahrscheinlich dann besiegt im Laufe der Geschichte. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich jetzt, ich werde es nicht nochmal erzählen, glaube ich, aber in einem anderen Durchlauf, wenn ich jetzt jemand anderen spielen würde, wie, äh, weiß ich nicht, die Angela zum Beispiel. Ich glaube, die hat einen anderen Endgegner. Dann werden wahrscheinlich die beiden Typen da vorne besiegt und dann kämpfen wir gegen jemand anders. Ich glaube, so läuft das ab. Das ist mir nämlich bisher noch nie wirklich bewusst gewesen. Und ehrlich gesagt, habe ich auch das Gefühl, die haben in der Story ein bisschen geschraubt, dass da ein bisschen mehr klar wird, was da eigentlich so Phase ist. Immer gespannt. Weiter geht's. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Oh, einen Samen muss eben einpflanzen, ja. Tja, und natürlich werden wir die Fee nicht zurücklassen. Das wäre noch schöner, ne? Da. Übrigens, das Beste, was man machen kann, ist tatsächlich, wenn man weiß, es wird aber eine Falle gestellt. Dann würde ich sagen, am besten löst man die Falle einfach aus. So. Legen wir los und retten die Fee, würde ich sagen. Ich bin jetzt mal gespannt. Hier hat alles angefangen, Leute. Ich frage mich, ob ich jetzt zwischen Jessica wieder hier ist. Sie war ja in der Oase. Und da sollte sie ja zumindest sicherer sein als hier. Wenn sie aber, ist auch ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wenn sie uns brauchen, warum sollten sie erst das hinschicken, uns zu töten? Ich bin jetzt sicher. Da stehen wir kurz vom Level ab. Ne, aber die geben auf jeden Fall ein bisschen mit, würde ich sagen. Oh, stack it up. Uh. Okay. Man, das für dicker Gegner. Na gut, also müssen wir erst gucken, dass wir einen Eingang finden. Das ist das, weil wir bestimmt. Das ist das, dass wir uns daran kennenlernen. Das war's für dich. Und du bist. Ja, ich bin einfach nicht. Also, das ist der Fall auf der Fall. Das ist das, was ich hier. Sollte, dass du so. Also, dass du so. Sollte, also dass du so. Sehr schön. Die Kämpfe laufen ganz gut, macht mir einfach mega viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob sie so spannend zugucken sind tatsächlich, aber so zum Spielen sind sie echt cool. Ah, hier war das Schlafzimmer, wo ich dann meinen eigenen Kumpel abgeschlachtet habe. Ah, hier war das Schlafzimmer. Ah, hier war das Schlafzimmer. Doch vielleicht einen anderen... Oh, hier war das Schlafzimmer. Oh, hier war das Schlafzimmer. Von den Leuten ist doch keiner mehr da, ne? Blauer Sturm. Nice. Wir haben einige Punkte frei, aber ich will die Sachen halt halten für den zweiten Klassenwechsel. 6.000 Lug. Oh, der dreht die Verteidigung ein bisschen hoch, aber darf ich jetzt hier halt den Gift und so ein Kram schaden nicht? Das ist viel, viel besser. Ich kann hier auf die drei Verteidigungen lieber verzichten, würde ich sagen. Ja, ich kann hier auf die drei Verteidigung gehen. Ja, ich kann hier auf die drei Verteidigung gehen. Das muss auch nur überlegen, Kollege. Ja, das war nicht so. Übrigens gut, dass hier Fässer sind. Das ist wichtig. Ohne Fässer geht nämlich hier gar nichts. Gerne. Verhext, ne? Verhext, ne? Schuriken. Schuriken. Was es natürlich auch sein kann, ist, dass ich dafür noch ganz woanders hin muss. Ich habe ja hier noch die Tür nach draußen. Vielleicht muss ich da her. Da. Ah, ist dann nur die Seite. Okay. Okay. Obwohl es von innen viel, viel... Also von außen ist es viel weiter außen... Ne, ja, von innen ist es weit auseinander. Hier sind die Türen fast demieinander. Und da drinnen ist ein ganzer Gang dazwischen. Jetzt weiß der Geier, wo dieser Schalter sein soll. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ähm, da ist er doch. Ich wollte mir eigentlich die Statue nochmal angucken, ob da was ist. Na, dass ich den Hebel da einfach an der Wand klebe. Ne, ist super. Habe ich wieder gut aufgepasst. Das war jetzt unnötig knapp. Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ein paar EP mehr mitgenommen. Ne, was soll denn der Käse? Und los. Oh, da sieht ja lustig aus hier. Und los. Das war's für heute. Was ist das? Ja, das war die Annenbriten, dass der Schmarrer Knie 19 im Auftrag des Prinzen Coke und durch die Ingenheit der Schmarrer Knie 19 im Auftrag des Knie Habt ihr gut gesagt! Die Schmarrer Knie 19 im Auftrag des Prinzen auch noch der Schmarrer Knie 19 im Auftrag des Prinzen wurden Entschuldigung! Was ist das? Das war's für mich. Das war's für mich. Sie werden mit den Wunschluss zurückkehren und mit dem Wunschluss zurückkehren. Wie soll ich das? Oh! Es ist so schwer! Es hat sich bereits angefangen. Ich werde dich wieder zurückkehren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute! Ich habe die Schmerzen geblieben! Aber ich bin jetzt schon aufmerksam, und ich bin jetzt noch aufmerksam. Ich werde noch nicht mehr aufmerksam sein. Ich werde dich jetzt noch aufmerksam sein. Wenn ich mich noch einmal aufmerksam bin, dann werde ich mich noch aufmerksam sein. So, besiegen wir die einfach mal eben, ne? Ist ja schnell gemacht. Da haben sie uns ganz schön, äh, ganz schön in die Scheiße geritten. Ähm, aber, Ach, der Weg ist frei, das hätte ich jetzt nicht gesehen. So, warte mal, kann ich jetzt eigentlich jederzeit Lufti rufen? Entschuldigung, Flämmchen. Hi! Sag, das ist dieische Lufti-Serie. Na, das ist die Spiegel-Pierditten. Obwohl wir hierher, wer will das? Schlepper, die sind schon ich nicht, oder? Ich bin der Verstand. Es ist ein Kuzehn oder auf des Schlepp-Serie. So, wir müssen keine Schlepp-Serie verraten. Ja, aber es geht aber. Sie werden sich mit einem Schlepp-Serie ablacht. Es ist besser, die Schlepp-Serie. Aber er ist wirklich nicht bis zum Schlepp-Serie. Das ist eine Spiegel, die Schlepp-Serie zu machen. Nichts-Serie. Ich bin doch, die Schlepp-Serie. Nie, co schlepp! Äh, genau, hier war das... Ich glaube, fangen wir doch hier an, oder? Ist ja egal, glaube ich. Ich habe auf die Reihenfolge wieder nicht geachtet, also es wird wahrscheinlich wieder völlig random werden, was ich hier mache. Und es fehlt auch leider immer noch die nötigen Items, um die Klassenwechsel zu machen. Das Level fehlt uns auch noch, da brauchen wir nur noch ein bisschen, da fehlt immer viel, also ein Level ab noch. Man müsste sich mal informieren, notfalls, wo ich die herkriege, ob ich die farmen kann, oder... Oder ob ich diese Fragezeichen sah, ob die mir noch irgendjemand droppt, ich habe keinen Plan. Und hinein um Klotto. So. 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 Ah, Level 38, die geht mir her. Dachte ich mir, jetzt sind mich in den Dungeons, äh, ja, in den Wegen dahin, Gegner, die auf unserem Level sind. In der damaligen Übersetzung hießen die aber irgendwie Mana-Biester. Äh, die, die, äh, oder Mana-Götter oder irgendwie so, äh, wie hieß es? Das klang etwas epischer als der Name, der mir nicht einfällt gerade. Sehr gut, wir haben es geschafft. Kann ja auch sein, dass erst die Gegner hier jetzt anfangen, diese Fragezeichen zusammen zu droppen. Ich habe ja schon einen bekommen, hab's noch nicht gesehen. Warum schwebst du nur da oben, das geht ab? Hacks! So, nein. Ah, okay, okay. Da kommen wir doch nicht rum, müssen wir das hier oder hier. Genau, dann gehen wir jetzt hier rum. Kommen wir auch nicht weiter, weil ich dann erst da den Schalter drehen muss. Okidoki. Rehnenklauen, Engelskelch. Oh, da geht's hier rum. Oh, da vorne ist ja recht, die Statue. Also, das ist ein sehr gut. Das war's für heute. Warte. Nein! Nein, es war ein Rückweg. Nein, es war ein Rückweg. Nein. Das kann aber nicht sein. Na ja, gut, okay. Die Gegner sind ja besiegt. Ganz offensichtlich sind schon real respawned. Aber die EP nehmen wir doch gerne mit. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja, wir sehen. Ja gut, in meinem Namen ist 38 erreicht. Schatzkisten finden oder von Gegner der Beute, alles klar. Das muss man natürlich aber erstmal schaffen. Ja, nach vorne ist die andere Treffer aber da, die kann ich nicht reden. Da brauche ich mich nicht wieder durch die ganzen Höhlen hier schlagen. Ja, es war für mich nicht ganz klar. Ich will das jetzt auf diese Richtung. Soll es ab, wie lange nicht mehr schlagen? Soll es ab. Aber das ist ja das, dass du denn da. Ja, das ist das, dass du denn da. Das ist ja das. Soll es ab. Soll es ab. Soll es ab. Ja, das ist der Reise. Ja, schön. Benevodona, das sind hier die Gottbiester. Da können wir uns natürlich hier, was ist denn da schönes? Langarts Ring. Was ist denn das Schein, der schön ist? Der hat Windschaden. Weil wir hier im Windgebiet sind, würde ich mal sagen, ist das vielleicht eine gute Idee. Oh, da bin ich jetzt drauf gespannt, wie das umgesetzt ist. In der alten Version hat man da auf dem Rücken von Lufti oder jetzt halt Flämchen gekämpft. Da ist die Frage, ob das jetzt aus ist. Ist auch gut. Ist auch gut. Zu spät. Zutrotze? Ja, okay. Zutrotze? 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 Ich gehe heilen. Das war's für heute. 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 Wir sollten uns auf jeden Fall, würde ich sagen, mal so ein bisschen so wie... Ach, guck mal an. Das war's für heute. 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 Und tatsächlich werde ich dann jetzt auch die Session für heute beenden. Wir haben nämlich jetzt mittlerweile 10 vor 3. Und ich hab noch 7 Mana-Bieste vor mir. Und die möchte ich mir jetzt nicht noch alle antun. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Bis zur nächsten Session. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.